Okay, das nächste Level. Oh. Okay. Dark Entries. Ich habe hier irgendwas auf jeden Fall schon aktiviert. Ne. Oh. Ach so. Das hier hat die Super Shotgun. Gespawnt. Und das hier dann noch Munition. Das ist ja nett. Na dann. Was ist das? Ich weiß es nicht. Ey. Okay. Au, au. Ich hätte da nicht reingehen sollen, merke ich gerade. Na dann. Ja, verfolgt mich ruhig weiter. Äh, okay. Hier haben wir einen Teleporter. Ich möchte noch nicht reingehen. Ich möchte erst mal schauen. Hier werden wir die rote brauchen. Okay. Und dann hier die blaue. Also alles ganz easy bis jetzt. Alles ganz klar. Dann fangen wir mal an. Ja gut. Ja gut. Oh. Okay. Habe ich da jetzt irgendwie eine Chance verpasst? Ah, okay. Man muss sich merken, äh, äh, ne? Okay, so, dann haben wir hier jetzt erstmal unsere Ruhe. Und dann fangen wir mal an. Okay, ganz rechts. Hier. Dann so. Dann so. Dann so. Dann wieder so. Dann so. Dann so. Ja, na dann, let's go. Okay. Okay. Au, 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 au. Okay. Das machen wir doch direkt nochmal neu. Also. Ach nee, es hätte ganz links angefangen. Obst, ich hab's verwechselt. Ich hab's komplett verwechselt. Okay, dann fangen wir mal an. Hä? 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 Ich versteh's überhaupt nicht. Ich versteh's überhaupt nicht. Es hat auch ganz links angefangen. Oder ist es jedes Mal auch random und es hat vorhin ganz rechts angefangen vielleicht sogar. Vielleicht hat euch's gar nicht verwechselt. Ich weiß es nicht. Hier schon wieder. Oh. Ja. Dann gucken wir mal, was hier so abgeht. Arachnotrons auf Schützenposition waren auf jeden Fall das Ding dieses Level-Designers. Okay. Oh, endlich mal wieder ne Rüstung, ne Frische. Okay. Was? Ja gut. Ja gut. Ja gut. Ja gut. Okay. 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 Ow! Okay. Viel Schotflinten-Munition. Dann stirbt dieser... Oh. Baron jetzt durch die Super... Ja. Ich meine, ich habe ja nicht gelogen. Okay. Oh. Na gut, hier kommt man zurück. Aber ich hätte ja dann doch am liebsten jetzt die... Die Items. Ah. Okay. Man hat nicht so viel Zeit anscheinend. Weshalb man wahrscheinlich dann... Na gut. Ja, na also. So kann das doch laufen. So kann das doch laufen. Das gefällt mir. Oh, jetzt kommen die auch noch von der anderen Seite. Gemein. Ja, kommt doch hier durch. Los. Kommt hier her. Traut ihr euch doch eh nicht. Mal hier genau wisst. Dann kommt der Pfeilregen. Ah. Ein Festgehangen. Gemein. Au. Okay. Dann haben wir jetzt die Rote. Ja. Okay, dann können wir da jetzt durch. Schon das Exit. Ja gut. Dann haben wir hier noch zufälligerweise etwas Schrot finden, muss ich... Schrot finden wir nie. Nee. Wieso kommen die Typen denn schon wieder? Ich meine, okay, ich bin wohl nochmal über den Trigger gelaufen. Oh je, oh je. Ich habe mich verlaufen. Ich hätte mich jetzt beinahe erwischt deswegen. Ja gut. Alle Kills. Nicht so viele Gegenstände. Aber alle Secrets? Wie habe ich denn das hinbekommen? Gab es überhaupt Secrets? Ich weiß nicht, vielleicht die Supercharge und die Mega Armor. Aber ich kann mich nicht daran erinnern, dass irgendwo aufgeploppt sei, dass ich ein Secret gefunden habe. Aber gut, keine Ahnung, wo diese restlichen 58% Gegenstände sein sollen. Aber ja, dann sieht man sich beim nächsten Teil wieder. Bis dann. Tschau. 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 Vielen Dank.